Agatha Christie, die wohl größte Krimi-Autorin aller Zeiten. Nachdem sie mit ihren ersten großen Romanen bereits Berühmtheit erlangt hat, wird ihr Leben im Jahr 1926 völlig durchgewühlt. Kurz hintereinander erfährt sie von dem Tod ihrer Mutter und der Affäre ihres Mannes. Nach einem heftigen Streit mit diesem verlässt sie das Haus und bleibt danach für einige Tage unauffindbar. Bald darauf jedoch wird ihr Auto verlassen an einem See entdeckt. Ihr Verschwinden ist so sonderbar, dass sogar die New York Times darüber berichtet. Bei der anschließenden spektakulären Suchaktion beteiligt sich sogar der Schriftsteller Arthur Conan Doyle. Zehn Tage nach ihrem Verschwinden wird sie in einem Hotel gefunden, in dem sie unter dem Namen der Geliebten ihres Mannes abgestiegen ist, Nancy Neely. Bis heute weiß man nicht, was die Schriftstellerin in diesen zehn Tagen getrieben hat. Es wurde darüber sogar ein Film unter dem Namen Das Geheimnis der Agatha Christie gedreht. Das Leben dieser Frau klingt jedenfalls manchmal wie ein Roman von ihr.